Hier präsentieren wir die 5 besten Mini Backöfen Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Mini Backofen mit Umluft 45 Liter Deutsche Version, 45 L elektronischer Mini Backofen mit Konvektionsfunktion. Doppelverglasung, Innenbeleuchtung, 4 Rackhöhen sowie abnehmbare Krümelschalle 13 automatisierte Programme oder Ihr ganz eigenes privates Setup. Läd Bildschirm, 8 Stunden Timer und auch Konvektionsfunktion, obere Wärme, Bodenwärme, führen und auch unten warm. Unsere Mini Herde werden durch ein ausgezeichnetes Qualitätskriterium definiert. Nummer 4. Mini Backofen 13 Liter. Kleines Design, einfache Bedienung, 900 Watt sowie mehrere Bonus wie Ober- und Unterhitze, eine definitiv variable Temperatureinstellung 60-250 C und ein integrierter 60-Minuten-Timer identifizieren den Herd. Eine einfache und schnelle Vorbereitungsarbeit Ihrer Gerichte ist durch den Temperaturregler, der bis zu 250 erreicht, gewährleistet. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. TZS First Austria 45 Liter Mini Backofen Mini Backofen. Bei einer Temperatureinstellung von bis zu 230 Grad gibt es keine Grenzen. Die Heizungsanlage, die mit leistungsstarken 2000 Watt ausgestattet ist, ist mit Ihren 4 Heizelementen sowie dem 230 V-Stecker für jede Art von Einsatz in jedem Bereich ausgestattet. Zum Beispiel können Sie einen Spieß mit Fleisch auf einer Hofparty zubereiten oder einen leckern warmen Leckerbissen für die Gäste bereithalten. Nummer 2. Mini Backofen 1000 Watt. Tragbares Layout, einfaches Verfahren, 1000 Watt und viele Extras wie Ober- und auch Bodenheizung, eine stufenlose Temperatureinstellung sowie ein integrierter 60-Minuten-Timer bestimmen den Ofen. Mit einer Kochfläche von 10 Litern können Sie Ihre Mahlzeiten schnell und bequem zubereiten. Backen, toasten, kochen, auftauen, mit diesem Ofen sind Sie auf alles vorbereitet. Eine einfache und schnelle Zubereitung Ihrer Gerichte ist durch die Temperaturniveau-Regulierungsbehörde gewährleistet, die von 90 bis 230 variiert. Und die Nummer 1 unserer Liste. TZS Fürst Ostrier 35 Liter. Der 35 Liter Lebensmittelzubereitungsraum wird mit seiner 1600 Watt Leistung schnell aufgeheizt und muss nicht vorgewärmt werden. Die Härte ist doppelt verglast, um sicherzustellen, dass keine Wärme weglaufen kann und die Tür nicht von außen heiß wird. Mit den drei Einfügehöhen können Sie den Abstand zu den Heizelementen unterscheiden. Mit diesem Gerät können Sie zusätzlich zwischen Ober- und auch geringerer Wärme wählen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.